Ja, Thema Nummer eins, ich glaube unter allen Bundesbürgern, ist die Hitze. Überall, wo man hingeht, ob man einkaufen geht oder mit einem vorsippenden Freund mit der Familie trifft, oh, ist das eine Hitze. Und wir müssen einfach etwas dagegen machen. Jetzt haben Sie vielleicht in den letzten Tagen unsere Sendungen verfolgt und haben gesehen, Verdunstungsluftkühler, Klimaanlagen, alles restlos ausverkauft. Aber was hier auch noch ein bisschen Erfrischung bringen kann und soll, das sind Ventilatoren. Und da haben wir jetzt keine normalen Ventilatoren für Sie vorbereitet in dieser Sendung, sondern, Kathi, da kann man ganz klar deutlich sagen, jedes Einzelne, jeder Einzelne ist ein absolutes Design-Highlight. Und beginnen tun wir hier mit unserem Erstmodell Streamline. Und Sie hätten das sehen sollen, noch vor zehn Sekunden hat Kathi so gemacht, die ganze Zeit. Weil selbst bei uns hier draußen heute schon wieder 36 Grad um diese Uhrzeit. Und das bringt mir die Erfrischung. Ist unglaublich schick designt und es bringt auch die frische Luft, die wir benötigen, oder? Oh, es ist so schön erfrischend. Also Wahnsinn. Ventilatoren, eine so tolle Sache, muss ich sagen. Herrlich. Deshalb greifen Sie zu, Ventilatoren haben wir noch. Und die muss man jetzt auf jeden Fall haben, ob neben dem Bett jetzt zum Beispiel noch oder dann auch innerhalb der Wohnung. Wenn man jetzt dann auch mal Fernsehen gucken möchte am Abend oder sowas, schnell noch einen Ventilator, sich nach Hause geholt. Deshalb greifen Sie zu. Und das Modell ist ja wunderschön, oder? Ja, 20 Zentimeter Durchmesser und Sie sehen einen offenen Rotor. Aber das sind Silikonblätter. Und jetzt, wenn man da auch mit den Händen mal reinkommt, kein Problem, der stoppt sofort. Also überhaupt keine Gefahr. Nein, einfach nur ein schickes Design. 21 Zentimeter, dementsprechend kräftiges Gebläse mit 18 Watt Leistung. Also sehr stromsparend, aber trotzdem effektiv. Und das jetzt, Schreibtisch, Nachttisch, Wohnzimmertisch, vor sich gestellt, dann erfährt man eben diese frische Luft, die man braucht. Weil, Kathi, ich glaube, es ist kein Geheimnis. Man kann nachts alle Türen aufmachen. Es geht keine Luft. Die Luft steht in jeder Wohnung. Und es kühlt ja auch nachts nicht mehr ab. Ich hatte gerade die Erfahrung, ich bin ja frisch aus dem Urlaub zurückgekommen. Wir sind gestern Abend in die Wohnung reingekommen. Es stand die gesamte Luft. Die Wohnung war wie eine Sauna. Wir haben auch alles aufgerissen. Aber da bewegt sich kein Lüftchen. Deshalb, da braucht man einfach einen Ventilator. Und ich muss sagen, das Modell jetzt gefällt mir sehr gut, weil es ist auch sehr laufruhig. Das ist ja bei Ventilatoren oft so, dass man denkt, ah, sind die sicher? Wie intensiv sind die von dem Geräusch? Also dieser hier. Ich bin ja jetzt wirklich ganz nah dran, auch mit meinem Mikro. Sehen Sie ja gerade, man hört wirklich fast gar nichts. Also ganz laufruhig. Deshalb auch perfekt, muss ich auch mal sagen, für das Schlafzimmer jetzt geeignet, für neben das Bett geeignet. Weil da möchte man ja wirklich auch ein laufruhiges Modell haben. Da kann man das dann sehr schön hinstellen. Also ganz toll. Designtechnisch natürlich ein Riesenhighlight auch. Gerade mit diesem Turbinedesign. Und dann sehr, sehr laufruhig. Da können Sie hier direkt zugreifen. Dann auch hier zu einem Spitzenpreis 21,26 Euro. Da kann man den ruhig sich auch mal als Zweitventilator direkt nach Hause holen. Ja, auf jeden Fall. Und das werden Sie jetzt in der ganzen Sendung feststellen. Diese Ventilatoren sind alle Designhighlights. Wir kennen das vielleicht, wenn wir so einen alten Ventilator zu Hause haben. Wenn Besuch kommt, lasst mal den Ventilator verschwinden, weil er potteresslich ist. Ja, hier, die lässt man sogar, egal welchen, und das werden Sie gleich noch im Einzelnen sehen, die lässt man mit Stolz sichtbar stehen, weil man stolz ist, so einen Ventilator zu haben. Aber jetzt brauchen wir natürlich die Hauptfunktion, die Luft. Wir brauchen Kühlung. Und es wird immer heißer. 40 Grad werden diese Woche noch überschritten. Und dann kann das hier wirklich die letzte Hilfe sein. Die NC 1126569, Ihre Bestellnummer. 21,26 Euro der Preis. Das ist doch mal was, oder? Sie dürfen natürlich auch gleich zwei bestellen, wenn Sie möchten. So was ist an der Stelle auch mal ein tolles Geschenk. Gerade jetzt bei der Hitze. Und den kann man ja wirklich überall aufstellen. Deshalb gleich in die Leitung gehen. Die 0180 51 51, dreimal die zwei, Ihre Rufnummer. Und dann ist er innerhalb von zwei bis drei Tagen bei Ihnen zu Hause. Wir haben aber noch weitere Modelle für Sie. Und auch die sind richtig, richtig toll. Wunderschön. Das nächste steht hier schon. Und lässt hier die Luft wunderschön verteilen. Das ist natürlich auch was ganz Schickes. Wer hier jetzt aufmerksam schon zugeschaut hat, hat gesehen, da ist irgendetwas ein bisschen anders als bei herkömmlichen Ventilatoren. Und das ist diese vertikale Oszillation. Also das ist ein digitaler 3D-Robo-Ventilator. So ein langer Name für so ein kleines Gerät. Aber schauen Sie mal hin. Der oszilliert jetzt. Ich kann natürlich alles einzeln einstellen. Von links nach rechts, also horizontal. Aber gleichzeitig auch in die vertikale. Und so verteilt er die Luft im ganzen Raum sehr, sehr optimal. Hier auch noch ein wenig leistungsstärker. Wir haben drei Ventilationsstufen mit 45 Watt. Also immer noch sehr, sehr energieschonend. Aber eben mit genügend Kraft. Und jetzt kann ich hier die Luft im ganzen Raum verwirbeln. Und jetzt hast du das vorhin gesagt. Man kommt in die Wohnung. Und das wird Ihnen in den letzten Tagen genauso gegangen sein. Die Luft steht. Mit so einem normalen Ventilator bewegst du die Luft auch. Aber halt nicht im ganzen Raum, sondern auf einer Ebene. Hier kannst du die Luft im ganzen Raum zirkulieren lassen. Du hast drei Gebläsestufen. Hast unten sogar im Display eine wunderbare Temperaturanzeige. Schauen Sie mal drauf. 35 Grad bei uns hier jetzt gerade im Außenstudio. Und sehr, sehr schön zu bedienen. Natürlich auch mit der Fernbedienung. Drei Gebläsestufen. Oszillationen. Einzeln schaltbar. Vertikal, horizontal. Und was hier noch das Schöne ist. Damit kannst du auch bares Geld sparen. Jetzt sind wir mal drei, vier Monate in der Zukunft. Dann heizen wir wieder. Und wir wissen, was mit Heizluft passiert. Die steigt erst mal. Und dann heizt du einen Raum normalerweise von oben nach unten. Das kannst du hiermit schneller machen. Mit dieser 3D-Ventilation. Zirkuliert also auch die Heizungsluft dann viel, viel schneller. Das heißt, du kannst also wirklich die Hälfte an Energie sparen. Hälfte bitte nicht festlegen. Das ist nicht wissenschaftlich grundiert, wie viel ich spare. Aber auf jeden Fall bares Geld hier. Weil eben sich die warme Luft nach unten verschiebt. Und den haben wir heute für Sie zum Sonderpreis. Und was Sie sparen, das sehen wir jetzt gleich mit einem Blick auf Pearl.de. Und da sehen wir knapp 70 Euro bei Pearl.de. Hier heute bei uns 49,50 Euro. Das ist doch mal ein Angebot, oder? Da sparen Sie noch mal 20 Euro hier mit unserem TV-Sonderpreis. Exklusiv hier bei uns in der Sendung. Deshalb bitte gleich zugreifen. Neueste Technik. Sie haben es gerade von Ralf noch mal gehört. Neueste Technik mit diesem 3D-Effekt, wo diese Luft noch mal im Raum zirkuliert. Und das jetzt für den Sommer natürlich sehr schön. Weil Sie da dann die Luft schön im Raum verteilen. Aber dann auch im Winter sehr gut zu nutzen zur Verteilung der Heizungsluft. Das ist wirklich ein ganz Jahresmodell, das Sie hier bekommen. Mit der allerneuesten Technik. Dann einfach vorne an diesem Touch-Display zu bedienen. Oder dann auch ganz komfortabel mit der Fernbedienung. Da holen Sie sich wirklich ein ganz neues Modell mit dieser neuesten Technik nach Hause. Ganz komfortabel. Sehr effektiv. Also da hat man dann wirklich auch was Gutes, was man immer nutzen kann. Das ist richtig toll, ne? Und was man merkt, wenn man jetzt einen älteren Ventilator hat, ist man immer ein bisschen belästigt durch den Lärm. Die machen Krach. Bei allen neuen, die sind wesentlich laufruhiger. Also 60 Dezibel ist hier die maximal Geräuschkulisse, die erzeugt wird. Und das ist absolut erträglich, also fast nicht hörbar. Und es ist halt ein angenehmer Luftzug. Wenn man das zum Beispiel auch neben sich stellt am Bett, dann eben durch diese Zirkulation nicht laufend im Zug steht, aber immer wieder bewegte Luft und damit auch Erfrischung erfährt. Und Sie wissen das selber. Im Moment braucht man wirklich jede Abkühlung, um irgendwie auch nur ein bisschen in Schlaf zu kommen. Weil lass mal die letzten Sommerrevue passieren. Da hatten wir auch heiße Tage, aber nachts abgekühlt auf 14, auf 12 Grad. Und was haben wir jetzt? Wir haben nachts 24, 25 Grad. Tagsüber bis zu 40 Grad diese Woche. Man braucht einfach diese kleinen Oasen. Und sowas kann dann wirklich Gold wert sein. Und heute hier für Sie nochmal reduziert 49,50 Euro. Der TV-Sonderpreis, die Bestellnummer, die NX 6850 und die 569. Auch toll geschützt. Also allerneueste Technik hier für Sie, inklusive der Fernbedienung. Das ist was, der 3D-Robo-Raumventilator mit der Luftzirkulation. NX 6850 und die 569, Ihre Bestellnummer 49,50 Euro. Hier der TV-Sonderpreis. Bitte bestellen Sie jetzt gleich hier bei uns in der Sendung, um auch wirklich direkt hier den TV-Sonderpreis, diesen speziellen Preis dann auch zu bekommen. Gleich anrufen unter der 0180 51 51 3xD2 oder auch online bestellen unter www.pearl.tv. Aber denken Sie an die 569 am Ende der Bestellnummer. Und es gibt noch weitere tolle Modelle, die wir Ihnen gerne zeigen möchten. Und da kommt jetzt ein Modell. Oh, da war ich so begeistert, als ich den gesehen habe, Reif. Da hat es mich ja, also da habe ich ja gedacht, was ist das denn für ein genialer Ventilator? So was habe ich ja noch nie gesehen. Also das Design, das ist ja mal was ganz Spezielles. Also das, worum schreibt es, Tisch ist mit Sicherheit ein Highlight, dass man das ganze Jahr ganz stolz stehen lässt. Es sieht nämlich aus wie eine Flugzeugturbine. Und zwar optisch genauso gemacht mit den Einlassfenstern, die Lüftungsfenster, die Nieten sind dran. Wir sehen auch die Form, natürlich jetzt als Ventilator, übrigens mit drei Stufen, vorne einzustellen. Aber für mich hier das absolute Highlight ist, du freust dich, so was auf dem Schreibtisch stehen zu haben. Es ist ein absolutes Prestigeobjekt für alle, die irgendwie flugzeugaffin sind. Und unser Chef hat den selber, und unser Chef hat einen recht großen Schreibtisch, und der hat den dort draufstehen. Und das sieht einfach schick aus. Jetzt natürlich Gebläsewinkel bei den heißen Tagen einstellen, Oszillation haben wir auch alles dabei. Das ist jetzt wichtig. Aber hier geht es, glaube ich, auch um, den will ich haben. Den sieht man und sagt, den, genau den will ich auf dem Schreibtisch haben. Und da haben sie hier jetzt genau im richtigen Moment eingeschaltet. Und jetzt natürlich auch, in allen Büros brauchen wir Erfrischung. Ich kenne viele, die haben trotz Klimaanlage noch einen Ventilator. Und da ist das natürlich perfekt. Aber der sieht ja auch so toll aus. Also muss man ganz klar sagen, also wenn man den einmal sieht, denkt man gleich, wow, wie schick ist das denn bitte? Auch hier schauen wir einmal rüber zu Pearl.de auf den Preis, den wir da haben. Knapp 77 Euro bei Pearl.de. Heute hier für Sie für 59,50 Euro. Also auch noch mal kräftig reduziert knapp 20 Euro die Preisersparnis, die Sie hier haben bei uns mit unserem TV-Sonderpreis. Und das ist natürlich genial. Also Sie werden vielleicht auch jemanden in der Familie haben, im Freundeskreis. Oder vielleicht sind Sie selber auch so ein Riesenflugzeug-Nasen-Fan, der gerne fliegt, der sich Flugzeuge gerne anschaut. Vielleicht sind Sie auch ab und zu dann im Flughafen oder dann auch mal im Flugzeugmuseum, haben eine Affinität zu dann auch Turbinen und Flugzeugen. Das ist natürlich dann auch genau der richtige Ventilator hier für Sie. So was, dieses Turbinen-Design einzigartig, ganz speziell. Und so was holt man sich dann gerne nach Hause oder verschenkt es auch sehr, sehr gerne. Also gerade jetzt auch mal so was zu dem Preis zu bekommen. Es gibt ja einige Hersteller, die so was dann auch anbieten. Da sind oft richtige Designstücke, sind sehr, sehr hochpreisig. Die liegen dann, ja, kosten viele 100 Euro hier heute für diese tollen 59,50 Euro. Bitte gleich in die Leitung gehen. So was ist natürlich dann auch immer ganz schnell ausverkauft. Wenn wir so was hier mal zeigen, so was ganz Spezielles, ruckzuck sind dann unsere Stückzahlen weg. Und dann bekommen wir die auch leider nicht so schnell wieder. Deshalb da die Bestellnummer für Sie, die NX 68 65 569 ist jetzt auch für Sie eingeblendet. Sie können direkt bei den Kollegen durchklingeln. Da sind noch einige Leitungen für Sie frei. Und dann kommt er auch innerhalb von zwei bis drei Tagen zu Ihnen nach Hause. Natürlich können wir den auch im Winkel einstellen. Jetzt ist er gerade im Landeanflug. Aber wir können auch hier den Startvorgang simulieren. Also ganz egal, wie Sie es möchten. Und auch im Ruhestand, finde ich, also im Ruhezustand, wenn er ruhig steht, da stelle ich ihn vielleicht ein bisschen halbschräg auf meinen Schreibtisch. Ein absoluter optischer Leckerbissen. Ich glaube, da schaut man auch gerne selber mal wieder drauf und grinst und sagt, jawohl, habe ich richtig gemacht. Das ist eben ein Designerstück, was nicht jeder auf dem Schreibtisch hat. Viele haben diese kleinen schwarzen Propeller da. Und da denkt man, ja, okay, gut, muss halt sein. Aber das ist etwas, da freut man sich drüber. Alles richtig gemacht. Ein absolutes Design-Highlight. Und es kommen gerade einige Anfragen. Selbstverständlich, Sie dürfen auch zwei bestellen. Das ist überhaupt kein Problem. Einige Anfragen kommen gerade rein. Wahrscheinlich dann für rechts und links auf dem Schreibtisch, damit es wirklich so aussieht wie bei einem Flugzeug. Es ist kein Problem. Natürlich dürfen Sie auch gleich zwei bestellen. Kein Thema. Die NX 68 65 569 bitte gleich anrufen. Nicht, dass es dann Ihre gewünschte Stückzahl ausverkauft ist. Sie dürfen selbstverständlich auch gleich mehrere bestellen von diesem ganz besonderen Modell hier. Wunderschön. Und es freut uns natürlich, dass Ihnen der so gut gefällt. Es geht direkt weiter. Es sind natürlich noch weitere Modelle, die wir hier für Sie haben. Und das ist jetzt auch einer unglaublich leistungsstark. Wunderschön. Und hier wieder mit diesem 3D-Effekt. Richtig. Also wir hatten den kleinen Bruder vorhin. Jetzt hatten wir den großen. Und das ist für mich ein absolutes Highlight. Sie sehen schon mal die Oszillation. Auch hier in der Vertikalen. Die geht bis zur Senkrechten. Also hier wirklich den kompletten Raum abgedeckt. Dann haben wir größere Rotorblätter als beim ersten. Und wir haben hier 60 Watt Leistung. Also richtig leistungsstark. Das reicht auch für vier Gänge, würde man beim Auto sagen. Also hier für vier Geschwindigkeitsstufen. Und wir sehen hier ein Touch-Bedienfeld. Ganz einfach bedienen. Du kannst hier zum Beispiel die Oszillation ausschalten. Vertikal auf der anderen Seite. Horizontal auf der anderen Seite. Vertikal. Und natürlich auch zuschalten. Das Ganze kannst du auch ganz bequem mit der Fernbedienung machen. Auch hier sehen wir eine Temperaturanzeige. Du kannst also auch immer schauen, was haben wir denn für Temperaturen bei uns im Studio. Es macht schon allein Spaß, dem bei seinen Kreisungen hier zuzuschauen, wie er die Luft verteilt. Aber wieder selbes Spiel. Jetzt im Sommer bei diesen Temperaturen wirklich unglaublich wertvoll, weil du die Luft im ganzen Raum verteilt. Aber auch im Winter dann wieder Heizluftzirkulation, wieder wahres Geld sparen. Also wenn du das gerade am Anfang der Heizperiode intelligent einsetzt, also mit dem Heizen einschalten, auch dem Ventilator, dann sparst du wirklich unglaublich viel an Heizenergie, weil du eben nicht von oben runter heizst, sondern von Anfang an eigentlich den ganzen Raum langsam aufheizst. Das ist wesentlich besser. Und für mich ist das also ein absolutes Highlight. Dieses Jahr ganz neu bei uns im Programm und schon in der Bestsellerliste. Also das zeigt, auf so einen Ventilator haben, glaube ich, ganz, ganz viele gewartet. Und natürlich preislich auch sehr attraktiv. Allerneueste Technik für 79,90 Euro hier bei uns im Programm. Wenn auch Sie hier zugreifen möchten, gar kein Thema. Mit der NX 68, 49 und der 569. Und gerade auch die TV-Sonderpreise, die wir hier in der Sendung haben, die sind jetzt speziell für Sie gemacht. Wir schauen mal zu Pearl.de, was Sie hier sparen können. Und da sehen wir 90 Euro normalerweise. Das heißt auch hier wieder eine Preisersparnis, die Sie hier mitnehmen. Bestellen Sie jetzt gleich. Bestellen Sie hier bei uns in der Live-Sendung, damit Sie auch wirklich diese Preisersparnis direkt mit dabei haben. Gleich anrufen unter der 0180 51 51 3 mal die 2. Wir müssen uns doch hier jetzt nicht irgendwie körperlich verausgaben in dieser Hitze. Wir müssen nicht mehr schwitzen. Wir holen uns einen schönen Ventilator nach Hause. Wir machen es uns gemütlich zu Hause. Dann mit dieser tollen Abkühlung von der schönen zirkulierenden Luft. Und bei so einem Modell mit der allerneuesten Technik, da geht es uns dann richtig gut, wenn wir dann im Schlafzimmer sind oder natürlich auch zu Hause gemütlich beim Essen sitzen oder vor dem Fernseher im Wohnzimmer. Wenn die Luft so schön angenehm verteilt wird, dann macht das Spaß. Ja, und auch hier trotz dieser Leistungsstärke von 60 Watt, du hörst fast keine Geräusche. Du hörst natürlich die bewegte Luft, klar, aber das ist so minimal. Und das wird so als angenehm empfunden, wenn man dann mal hier in diesen Luftstrom hineinsteht oder sich hineinsetzt. Im Moment ist es ja sowieso ruhig sitzen, nicht bewegen, sonst fängt man an zu schwitzen. Aber hier kannst du dann eben das auch wieder ertragen. Und ich kann ja auch mitnehmen, man in die Küche, zum Beispiel auch in der Küche beim Kochen, kochen müssen wir ja trotzdem, auch wenn oftmals kalt gekocht wird, also kalte Speisen. Aber ich finde, da ist überall ein richtig schickes Bild. Kann ich mir auch auf dem Schreibtisch vorstellen, aber natürlich auch im Schlafzimmer, weil jetzt ist es ja gerade eine Katastrophe. Selbst Leute, die überhaupt nicht hitzeempfindlich sind, sondern das Gegenteil, denen ist jetzt zu warm. Und selbst die Leute müssen jetzt reagieren, weil es ist kein Luxus mehr, einen Ventilator oder ein Kühlgerät zu haben, sondern es ist gesundheitlich notwendig. Und ich glaube, wir merken alle, wie wir an unsere körperlichen Grenzen kommen, durch diese dauerhafte Hitze und Dürre. Natürlich, also die Hitze setzt uns schon zu. Man merkt das dann körperlich schon, dass es einfach zu warm ist. Deshalb greifen Sie zu bei unseren tollen Ventilatoren. Und gerade jetzt so ein Modell, das ist ja ein Ganzjahresmodell. Ralf hat es erklärt, Sie können das auch im Winter sehr schön nutzen, dann um die Heizungsluft schnell umverteilen zu lassen. Dann sparen Sie auch noch Heizkosten. Also hier unser tolles Ganzjahresmodell mit der NX 6849 und der 569 für Sie, inklusive der Fernbedienung. Heute hier jetzt in der Sendung 79,90 Euro. Bitte gleich in die Leitung gehen. Brandneu hier bei uns und jetzt für Sie schon zum TV-Sonderpreis. Innerhalb von zwei bis drei Tagen dann auch bei Ihnen zu Hause. Und dann können Sie es sich gut gehen lassen und die Luft wird richtig toll verteilt. Das Schöne bei diesen Modellen ist ja auch immer, dass sie so toll sicher sind. Ja, gerade die neuen Modelle wenig Verbrauch haben und trotzdem so toll effektiv und effizient. Und wir haben noch ein Modell, das relativ neu bei uns im Programm ist und das ordentlich Leistung mit sich bringt. Und da war ich auch hellauf begeistert, weil das eine relativ kleine Standfläche hat, aber so leistungsstark einfach nur ist. Und das dürfen wir Ihnen jetzt noch zeigen. Und Ralf steht schon dahinter, du strahlst auch so richtig, ne? Das ist schon optisch ein Leckerbissen, weil, haben Sie das schon mal gesehen, ein Standventilator mit drei separaten Rotoren, ich glaube im Normalfall nicht. Sie sehen hier oben ein Touch-Display, weil ich Sie jetzt gerade berührt habe, oder alles auch mit der Fernbedienung einzuschalten. Und was jetzt hier ganz, ganz wichtig ist, ich kann jeden einzelnen Ventilator schalten in drei Stufen und ich kann ihn auch ausrichten im Gebläsewinkel. Hier mal ein bisschen weiter nach hoch oder hier nach unten, ganz egal wie ich möchte. Jetzt machen wir die Oszillation wieder an und dann siehst du, verteilt auch das wunderbar im Raum die Luft. Ein optischer Leckerbissen, knapp ein Meter, also genau 99,5 Zentimeter hoch. Aber eben mal wieder was ganz, ganz anderes. Etwas, was man gern auch ins Büro stellt. Er sieht toll aus. Es ist etwas, was man so, glaube ich, noch gar nicht oft gesehen hat. Also bei mir war es der erste, den ich gesehen habe mit drei unabhängig voneinander schaltbaren Rotoren und natürlich verwirbelt er jetzt auch wieder die Luft im ganzen Raum. Und das hatten wir ja vorhin, dieses Thema, dass es einfach fehlt an Luftbewegung. Wir haben ja nicht mal mehr Bewegung. Die Luft steht. Da kann nichts passieren mit Erfrischung, Abkühlung oder man steht da und ist plötzlich pitschnass. Das ist, glaube ich, jedem von uns schon passiert. Und was ich ganz schlimm finde, und das merke ich persönlich bei mir, ich sage immer, oh, jetzt habe ich eine Matschbirne. Du wirst unkonzentriert. Du kannst dich gar nicht mehr richtig konzentrieren durch diese Hitze. Man baut körperlich auch ab, so wenig wie möglich bewegen. Also ich kann dir sagen, letztes Wochenende, ich war von morgens um neun bis abends um neun, ne, bis um acht war ich, also elf Stunden im Schwimmbad. Und ich glaube, alle 20 Minuten im Wasser, weil du es nicht mehr aushalten kannst. Und selbst die Wassertemperatur im Schwimmbad war auf 29 Grad. Also es ist unglaublich, selbst da kriegst du nicht mehr richtig Erfrischung, aber es ist der Ort, wo man es noch aushalten kann. Aber ich kann mich ja nicht 24 Stunden, sieben Tage in der Woche im Schwimmbad aufhalten. Geht nicht. Deshalb ist so ein Ventilator natürlich eine willkommene Abwechslung bzw. eine Erfrischung. Und vor allem die Luft bewegt sich mal wieder. Und das ist ja jetzt schon ganz, ganz wichtig. Oh, und ich finde ihn wirklich so schön. Schauen Sie mal, jetzt stellen Sie sich wirklich toll neben die Couch dann oder dann auch neben das Bett, wo immer Sie ihn hinstellen möchten. Super toll. Und das sind ja jetzt drei Ventilatoren. Das müssen wir nochmal sagen. Das ist ja jetzt nicht nur ein Ventilator, sondern Sie haben ja hier drei Ventilatoren, die Sie alle drei separat einstellen können. Alle drei separat ausrichten können. Sie können das ja jetzt hier auf Ihre Wünsche perfekt einstellen. Das ist ja jetzt das Tolle. Man kann ja jetzt sagen, der untere mal ein bisschen stärker, weil bei mir ist das jetzt ganz oft so, geht Ihnen vielleicht jetzt auch so, gerade in der heißen Zeit, vielleicht schauen uns ja jetzt auch einige Damen zu, die auch das Problem haben, da kriegt man so dicke, heiße, geschwollene Füße von der Wärme. Also da mal ein bisschen stärker. Oh, unten dann ein bisschen stärker. Da gibt man dann ordentlich Power auf den unteren Ventilator, wenn man dann irgendwo sitzt. Zack, damit er ordentlich die kühle Luft da unten lang schiebt an die Füße. Und dann oben, da ist es dann so, wenn es oben zu doll ist, dann hat man immer eher so diesen Effekt, nee, oben möchte man nicht so doll haben. Können auch die Augen ein bisschen empfindlicher sein. Genau, da macht man oben ein bisschen dezenter. Aber unten an die Füße, da kann ruhig die Luft ordentlich, da kann es ruhig ein bisschen kühler sein. Deshalb, da kann man sich das perfekt selber einstellen. Da kann man hier das mit diesem Ventilator sich so toll ausrichten. Deshalb, das ist dann Ihr Ventilator. Den bestellen Sie sich jetzt, weil da haben Sie alle perfekten Einstellmöglichkeiten. Ja, und eine Einstellmöglichkeit, die möchte ich natürlich hier nochmal erwähnen, das ist die Timer-Funktion. Gerade, wenn man den Ventilator im Schlafzimmer benutzt. Stellen Sie ruhig einen Timer, eine, zwei, drei Stunden noch, dann schlafen Sie endlich. Und dann kann auch der Ventilator hier natürlich auf Stand-by-Modus. Das heißt, Sie sparen nochmal Energie, aber der muss ja nicht die ganze Nacht durchlaufen. Obwohl er wieder sehr wenig Energie braucht. Wir haben pro Rotor gerade mal 35 Watt. Das heißt, eine Gesamtleistung von 105 Watt. Das können wir auch vernachlässigen. Ich glaube, das sind ein paar Cent, die uns das kostet. Und das ist es bei der Hitze. Also ich glaube, da würden viele Hunderte von Euro bezahlen, wenn sie wenigstens mal ein bisschen bewegte Luft haben. Also das können wir hier auch vernachlässigen. Design-Highlight, diese Oszillation natürlich hervorragend. Timer-Funktion und das Highlight. Drei Rotoren, die auch noch einzeln einstellbar und auch in der Geschwindigkeit einstellbar sind. Also besser geht es gar nicht. Es ist auch hier ein Design-Objekt. Ich habe sowas noch nie vor diesem Ventilator gesehen gehabt mit diesen drei Ventilatoren. Sie denke ich auch nicht. Und das ist mal was, dann sage ich, jawohl. Wenn Ventilator, dann so ein Design-Highlight. Genau. Ja, greifen Sie dazu. Super schick gemacht das Ganze. Passt überall perfekt rein. Und hier heute für 94,91 Euro TV-Sonderpreis jetzt für Sie. Die Bestellnummer, die NX für 95,30 und die 569. Auch hier dann innerhalb von wenigen Tagen bei Ihnen zu Hause. Und auch hier dürfen Sie sich natürlich auch gern zwei bestellen, wenn Sie möchten. Wenn Sie sagen, oh, dann nehme ich einen fürs Schlafzimmer, den anderen stelle ich mir schön ins Wohnzimmer neben die Couch, ist das auch kein Thema. Weil sowas ist ja auch unglaublich zeitlos. Das können wir ja auch nochmal betonen. Das ist ja was, das kann man immer benutzen. Zeitlos, wunderschön und schick. Und dann haben Sie sich direkt richtig entschieden. Alle Modelle können Sie sich jetzt auch nochmal anschauen unter www.pearl.tv. Wunderschöne Ventilatoren. Die sind momentan alle noch lieferbar. Sie bekommen auch jetzt die TV-Sonderpreise bis zu zwei Stunden nach der Sendung. Das heißt, wenn Sie jetzt nochmal bestellen möchten, dann bitte schnell in die Leitung gehen. Wir haben natürlich momentan eine ganz starke Nachfrage aufgrund des Wetters. Nicht, dass Ihr Lieblingsmodell dann schon ausverkauft ist. Und dann genießen Sie den Sommer, genießen Sie die Wärme, aber mit den richtigen Ventilatoren. Deshalb jetzt nochmal schnell anrufen und Ihr Lieblingsmodell bestellen.